Die US-Notenbank wird bei ihrer Sitzung heute wohl den Startschuss für eine Wende in der Zinspolitik geben. Nach zwei Jahren nahe Null dürften die Zinsen nun angehoben werden. In den USA ist die Inflation bei 7,9 Prozent und damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht. Daher wird weltweit jetzt eine Reaktion der US-Notenbank erwartet, um der massiven Teuerung gegenzusteuern. Nach Signalen von FED-Chef Jerome Powell rechnen die Finanzmärkte für heute mit einer Zäsur. Zwei Jahre nachdem die Zentralbank den Leitzins nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 nahe an die Nulllinie gedrückt hat, wird der Preis des Geldes wieder verteuert. Experten rechnen damit, dass die US-Notenbank den Zinssatz zunächst um ein Viertelprozent anheben wird. Das ist relativ moderat, auch weil sich die FED angesichts der insgesamt hoch unsicheren Situation wegen des Ukraine-Kriegs nur vorsichtig vorwagen dürfte. Doch eine katapultartige Erhöhung um einen halben Punkt, wie es sie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gegeben hat, könnte bald folgen. Denn die FED wird das in den kommenden Wochen und Monaten eilig haben, angesichts der rasant steigenden Verbraucherpreise die Zinsen in die Höhe zu schrauben. Nicht mehr zeitgemäß wirkt der geldpolitische Schlüsselsatz von 0 bis 0,25 Prozent, während die Inflation auf astronomische 7,9 Prozent nach oben geschnellt ist. Und die Teuerung dürfte nach Ansicht von Ökonomen im März weiter steigen.